Hey Leute, was geht und willkommen zu einem neuen Roblox Video und heute spielen wir endlich mal wieder Terminal Railways. Ja, ich hab das ewig nicht gespielt, ich hab zwischendurch immer mal ein Stepford Country Railway Video geladen, ist aber auch schon jetzt wieder länger her. Und da fuhr immer dieses Spiel und ja, äh, ich fand halt immer das Stepford Country Railway, ich hab das halt nach diesem entdeckt, immer besser. Hier geht's by the way auch um Züge, für alle die es nicht kennen, wie bei dem anderen auch. Und ich hab keine Ahnung, was sich verändert hat, es gab scheinbar mal ein Update. Ich weiß nicht, ob das jetzt hier anders aussieht, ich öffne mal kurz die Karte. Äh, Roslin Airport, nee, das ist aber gleich, oder? Oder war die mal größer? Äh, nee, kleiner meine ich. Nee, ich glaub die Karte ist tatsächlich die gleiche. Ich bin mir nicht sicher. Ja, doch, müsste die gleiche, ich muss ja mal gucken. Äh, Bahnhöfe? Ja, okay, den Dienstmarkt, ah ja, okay. Äh, Rennen gehen, ah moin. Nein, stopp, Hilfe! Ich will Zug fahren jetzt. Ich hab doch, Entwickler, Land, ich wusste Deutsch, Deutsch. Warte, ich hab doch, ICE, als ob ICE, ah moin. Den hab ich mir immer noch nicht gekauft. BR, ah, das wird der, hab ich den, Twindex, hab ich den nicht mal gekauft? Ja, ich glaub, den hab ich mal gekauft, ne? Ja, Roslin, einfach auf gleich zwei. Scheiß drauf, Digga. Läts? Ah, es lädt. Alter, nice! Das ist ja richtig cool. Es sieht, sieht die Grafik anders aus? Ich bin mir nicht sicher, ob die anders aussieht. Nein. Warte mal, hier gibt man wieder Gas. Das kenn ich alles noch. Passagiere sind noch nicht da. Ja. In die Ego konnte man nicht gehen, ne? Das ist so Halb-Ego-Perspektive. Oh, hier kann man 60 fahren. Alter. Hilfe! Nein, stopp! Nicht so viel Gas geben. Alter, ich muss mich jetzt mal wieder dran gewöhnen, das hier alles zu steuern, so. So. Warum ist es eigentlich auch gerade Nacht? Das sieht man doch am wenigsten. Jetzt kommt der rossenden Bahnhof hier. Ich weiß nicht, ob wir den überhaupt anhalten. Ich glaub nämlich nicht. Warum Speed Limit 40? Wir fanden 60, hä? Boah! Höh, der überholt einen. Der Quedern-Gibchen hat auch, Gras-Singer. Aber ich will auch nicht entgleisen, ist das Ding. Das geht auch in diesem Spiel. Speed Limit 80, okay. Ne, wir halten hier nicht mal an. Ja, woher? Meine Stimme ist auch schon wieder ein bisschen am Arsch. Ich hab eben schon... Zwei, drei andere Videos aufgenommen. Also eigentlich drei, aber ich weiß nicht, ob das eine online geht, weil das war eigentlich... Ja, das war für... Das war eigentlich nicht geplant, sagen wir so. Äh, so. Okay, okay, warte. Jetzt sind wir... Ah, 120, Mann. Ne, scheiße, wir sind ja schon bei 120. Hey, der Bro kommt auch. Okay, wo halten wir denn jetzt als nächstes an? Der Junge, meine Stimme... Meine Stimme, Hilfe. Okay, jetzt fahren wir erstmal um die Kurve. Wir sind jetzt schon da 20 km, um die Kurve. Wer kennt's nicht? Ich kann mich erinnern, dass... Ich glaub... Hä? Was ist denn jetzt passiert? Moin, Meister. Hilfe? Ich kann nicht weiterfahren. Sie weit... Hilfe? Mein Zug ist auseinandergefallen. Hä? Warte mal. Was ist da passiert? Hä? Mein Zug ist da auseinandergefallen. Was ist da passiert? Hilfe? Och, das ist so jetzt nicht euer Ernst. Was ich sagen wollte, ich hab dieses Spiel schon ziemlich früh am... Fast am Anfang dieses Kanals gespielt. Und ich wollte es einfach mal wieder hochladen. Auch wenn es nicht so lange spannend ist. Aber jetzt ist irgendwie gerade mein... Ja, moin. Okay. Mein Zug ist einfach mal kurz die Spawn. Na toll. Austria. Hier ein ÖBB EuroCity. Von der ÖBB. Okay. Ja, oder Tschechien. Was ist das? Nur entladen die Züge langsam. What the fuck? Dänemark. Old DSB IC3. Ach, ist es der IC3? Als ob. Ja. Der fährt doch immer einen Hamburg Hauptbahnhof nach Dänemark, oder? Ja, den kaufe ich. Digga, den kaufe ich. Das ist... Das ist... Das ist wirklich... Gehen wir mal nach Northwell. Northwell. So. Das lebt jetzt wieder eine Stunde. Ja, okay. Nee, doch nicht. So. Der ist zwar... Der ist richtig kurz. Ja, aber der ist in Wirklichkeit ist ja auch so kurz. Ich weiß nicht, ob der wirklich aus Dänemark kommt. Oh, scheinbar. Aber scheinbar. Fahren wir mal... Fahren wir mal ein Stückchen mit dem. Das sieht schon cool aus. Ja, doch. So, komm mal ein bisschen Gas hier. War nicht direkt wieder entgleisen, bitte. Ich kann jetzt auch nicht zu lange aufnehmen. Wegen meiner Stimme. So. Und... Äh? Nee, wieso? Ist doch 120 jetzt. Ja. Passt. Okay. Aber jetzt fahren wir auch wieder... Nee, jetzt fahren wir gerade aus. Es ist jetzt ein anderer Bahnhof. Genau. So. Tschüss, Leute. Ich hab noch gar keinen Bahnhof angehalten, aber okay. Alter, wir können ganz rauszoomen. Ja. Heh. Nice. Also, so viel hat sich jetzt noch nicht verändert, ne? Also, eben... Also, ich weiß nicht... Wann hab ich das letzte Mal gespielt? Das ist schon... Och, wie lange ist das her? Fünf Monate oder so? Vier? Ich hab keine Ahnung. Ihr könnt ja gucken, wann das letzte Video online kam. Hä? Dann hab ich auch... Oh, scheiße. Sie ist ja am Bahnhof. Dann nach da hab ich ungefähr auch das letzte Mal gespielt. Ja, wahrscheinlich. Ja, warte. Okay, jetzt bin ich ein bisschen... Ja, doch. Ja, passt. Heh heh. Ding, 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 ding. Passagiere werden geladen. Hä? Moin. Wie lange dauert das denn? Dass es so lange immer gedauert hat. Aber hier stand auch richtig so... NG Transit. Ah, ja. Ich würde einfach mal sagen, wenn euch dieses Mini-Video gefallen hat, habt einfach... Dann lasst ein Like da und ja, ich würde sagen, wir sehen uns einfach bei dem nächsten Video wieder. Bis dann. Tschüssi. Okay, Tschüss. Vielen Dank.